Die Intel Magdeburg GmbH hat einen Antrag gemäß dem Bundesemissionsschutzgesetz für den Bau von zwei Schipffabriken gestellt. Zahlreiche Ämter der Landeshauptschreife müssen nun Unterlagen im großen Umfang bearbeiten und prüfen. Der beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt gestellte Antrag erfolgt übereinstimmend mit den gesetzlichen Vorgaben. Intel ist dazu verpflichtet, die Auswirkungen des Baus, der Betriebs- und Produktionsanlagen auf sämtliche Belange prüfen zu lassen. Das erfordert entsprechende Genehmigungen. Deshalb muss die Stadt Magdeburg große Teile des Antrags bearbeiten. Zahlreiche städtische Ämter sind eingebunden. Hinsichtlich des Bauvolumens und Umfangs der Unterlagen ist das der bisher größte Antrag seiner Art. Ist alles geprüft und bestätigt, erteilt abschließend das Landesverwaltungsamt in Halle den Bestätigungsvermerk für das Investitionsvorhaben. Sanna-Ivonne Steger, Beigeordnete für Wirtschaft, sieht darin einen bedeutenden Meilenstein für die Intel-Ansiedlung. Der Antrag betone den festen Willen, die Investitionen am Standort Magdeburg umzusetzen. Das Bundesemissionsschutzgesetz ist die Kurzbezeichnung für das deutsche Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge. Mit dem Genehmigungsverfahren ist sichergestellt, dass Umwelt, Ressourceneffizienz, Arbeitnehmerschutz und öffentliche Belange berücksichtigt werden. So geht es um den Schutz von Mensch, Tier, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Kulturgütern vor Umweltschäden. Genauso um das Einhalten verschiedener gesetzlicher Vorschriften, wie Wasserrecht, Abfallrecht, Naturschutzrecht und Bauordnungsrecht. In der ersten Bauphase plant Intel den Aufbau von zwei Halbleiterfabriken mit ca. 3000 Beschäftigten auf dem Gebiet des Eulenbergs mit einer Fläche von 450 Hektar.